Als Pfarrer Daniel für einen Kollegen einspringt, entdeckt er einen Hund, der an den täglichen Gottesdiensten teilnimmt. Der Grund für die Anwesenheit des Tieres rührt ihn zu Tränen. Als Pfarrer Daniel mit der Predigt begann, die nur wenige Stunden zuvor so sorgfältig vorbereitet wurde, war er sich des gebeugten alten Mannes, der in der ersten Bank saß, sehr bewusst. Obwohl Pfarrer Jacob fast vollständig von Arthritis verkrüppelt war, war sein Verstand und sein Witz in bester Ordnung. Dies war seine Gemeinde. Pfarrer Daniel war nur der Vertretungspfarrer, der einsprang, während Pfarrer Jacob für einen dringend benötigten medizinischen Eingriff ins Krankenhaus ging. Aber die Anwesenheit von Pfarrer Jacob machte ihn nervös und Daniel ließ seinen Blick tiefer in die Gemeinschaft schweifen. Vorbei an gut gekleideten Matronen, Arbeitern mit auszugslosen Gesichtern, Kindern, die sich bemühten, nicht zu gähnen, einem braunen Hund. Moment, es war ein Hund im Gottesdienst? Pfarrer Daniel geriet fast in Stocken und brachte kein Wort heraus. War dieser Hund eine Ausgeburt seiner überreizten Fantasie? Vielleicht war es ein Blindenhund oder ein Assistenzhund? Noch rätselhafter war jedoch, dass in dieser Kirchenbank niemand anderes saß. Während der restlichen Predigt ließ der Pfarrer den Hund nicht aus den Augen. Aber niemand sonst bemerkte seine Ablenkung. Und als er fertig war, war Jacob voll des Lobes dafür, wie er sich verhalten hatte. Pater Daniel beschloss, den Hund besser nicht zu erwähnen, als er das nächste Mal vor dem Rednerpult stand, bemerkte er aber denselben braunen Hund, der im selben Gang saß. Woche für Woche kehrte das Tier zurück und verpasste keinen Gottesdienst. Fasziniert beschloss Pater Daniel, dem Rätsel auf den Grund zu gehen. Während er die Versammlung mit einem Gebet beendete, blieb seine Aufmerksamkeit bei dem nichtmenschlichen Gemeindemitglied. Nachdem er fertig war, schlich er durch eine Seitentür, zog seine Robe hoch und rannte fast um den Hund, noch rechtzeitig beim Verlassen der Kirche zu erwischen. Draußen im Sonnenlicht bemerkte der Pater enttäuscht, dass der Hund dünn und ungepflegt aussah. Es war kein junger Hund und er humpelte. Unterwegs blieb er mehrmals stehen, um sich von den Essensresten der Imbissbuden zu bedienen. Der Pater folgte dem Hund mehrere Blocks weit, bevor ihm die Wahrheit klar wurde. Der Hund war ein Streuner, aber wie außergewöhnlich, dass er regelmäßig zur Kirche ging und sich perfekt zu benehmen wusste, ohne die Predigt zu stören. Dieser Hund hatte definitiv mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick sah. Vielleicht kam er aus demselben Grund zur Predigt wie die Menschen, um Trost zu finden? Pater Daniel wollte dieses treue Wesen nicht enttäuschen und was er als nächstes tat, enthüllte schockierende Details über den Hund. Daniel bereitete sich auf seinen Moment der Wahrheit mit dem braunen Hund vor, indem er in einem nahegelegenen Tiergeschäft ein Halsband, eine Leine, einen Napf und etwas Futter kaufte. Der erste Schritt bestand darin, den besuchenden Hund dazu zu überreden, in der Nähe der Kirche zu verweilen. Da er offensichtlich nicht genug zu fressen bekam, könnte etwas Futter eine erste gute Geste sein. Um sich für eine mögliche Strategie inspirieren zu lassen, schlenderte der Pater durch die Blumenbeete, die den Kirchhof soll. Im Herzen dieses malerischen kleinen Gartens der Besinnung befand sich ein kleiner Brunnen mit einem Schrein, der der heiligen Jungfrau gewidmet war. Für einen heimatlosen Hund stellte dies eine willkommene Quelle für frisches Wasser dar. Pater Daniel bekreuzigte sich, während er ein kurzes Gebet flüsterte und die Mutter Jesu bat, ihm bei seiner Umsuche zu helfen. Dann öffnete er den Sack mit dem Trockenfutter und schüttete etwas davon in den Napf. Vielleicht würde der Hund hier eine Pause einlegen. Während er sich auf die nächste Predigt vorbereitete, bereitete Pater Daniel auch die Vorbereitungen, um dieses Geschöpf Gottes zu erreichen, das in die Kirche gekommen war. Voller Begeisterung verkündete er seine heilige Botschaft aus dem Buch Numeri und erzählte die Geschichte, wie Bileam durch die Worte seiner Eselin unterwiesen wurde. Er forderte alle auf, offen für die Weisheit zu sein, die Gott oft durch die Rolle der niederen Tiere offenbart. Es war eine Botschaft, von der Daniel hoffte, dass sie auch seine eigene Seele für die Suche nach Antworten öffnen würde. Der Hund saß in seinem üblichen Gang, ruhig und gelassen. Als die Predigt zu Ende war, machte sich Daniel auf den Weg in den Garten. Aber er hätte nie mit der schockierenden Reaktion des Hundes rechnen können. Wie Daniel gehofft hatte, fand der Hund den Napf und begann daraus zu fressen. Pater Daniel näherte sich vorsichtig in der Hoffnung, dass seine Anwesenheit den Hund nicht erschrecken würde. Er schaute kurz auf und Pater Daniel gab beruhigende Laute von sich. Er war nahe genug, um das Halsband zu befestigen und die Leine an den Hund zu klemmen. Er erwartete, dass der Hund protestieren oder versuchen würde zu entkommen, aber stattdessen schaute ihn das Tier liebevoll an und begann mit dem Schwanz zu wedeln. Ermutigt durch die freundliche Reaktion nahm Pater Daniel die Leine und führte den Hund zurück zum Schuppen des Gärtners. Dabei fiel ihm auf, dass das Fell staubig aussah, mit verfilztem Haar und herabhängenden getrockneten Blättern. Mit der Hilfe von Old Manny und seiner Haushälterin Nora verpasste Pater Daniel dem Hund ein komplettes Makeover. Sie benutzten eine Schermaschine, um die Teile seines Fells abzuschneiden, an denen es verfilzt war. Ich kenne diesen Hund, sagte Nora dann. Das ist Tommy. Meine Güte, ich habe mich schon gefragt, was mit Tommy passiert ist. Daniel war erstaunt. War die Lösung so einfach, wie die Haushälterin zu fragen? Erkennst du die Besitzerin? fragte der Pfarrer. Sie ist gleich da drüben. Der alte Manny deutete auf den Kirchhof. Da drüben? Pater Daniel glaubte, sich verhört zu haben. Kommt, sagte der Gärtner. Pater Daniel folgte ihm. Nora und der Hund Tommy bildeten das Schlusslicht. Als er das Tor öffnete, begriff Pater Daniel endlich die schreckliche Wahrheit. Tommy begann, um einen Grabstein herumzulaufen und zu graben. Tommy, schrie Pater Daniel mit entsetzten Blick, als er das trostlose Leben erkannte, das er nach dem Tod seines Besitzers wohl geführt hatte. Der braune Hund wedelte mit dem Schwanz. Nach Monaten des Hungers und des Schlafens im Freien war er von jemandem gefunden worden, der die Einsamkeit seiner Notlage sah und verstand. Als er aufstand, humpelte Tommy und bevorzugte seine Rechte vor der Pfote. Wochenlang hatte er gekämpft, ohne zu verstehen, warum seine Pfote so wehtat. Aus Angst, Schwäche zu zeigen, hatte Tommy, der bereits obdachlos war, versucht, seine Verletzung zu verbergen. Das einzige Mal, dass er sich sicher und wohlfühlte, war, wenn er in der Kirche saß. Tommy wollte dort bleiben. Die Kirche erinnerte ihn an bessere Tage. Aber gleichzeitig hatte man ihm damals beigebracht, zu gehen, wenn die Predigt zu Ende war. Und er blieb der Macht der Gewohnheit treu. Am nächsten Tag, nachdem er seinen Dienst verrichtet hatte, lud Pater Daniel den braunen Hund in seinen kleinen Sedan und gemeinsam betraten sie einen anderen Ort, der Tommy seltsam vertraut vorkam, aber auf eine etwas beunruhigende Weise. Nicht alle Erinnerungen Tommys an diesen Ort waren glücklich. Der Tierarzt Dr. George begrüßte Pater Daniel und beugte sich dann hinunter, um Tommys Ohren zu kraulen. Hallo Großer, sagte er, was ist los mit dir? Tommy zitterte. Als er das letzte Mal hier war, war sein Besitzer bei ihm gewesen. Jetzt wusste er nicht, was ihn erwartete. Aber dann tätschelte sein neuer Freund, Pater Daniel, seinen Nacken und Tommy hörte auf zu zittern. Mit seiner Pfote stimmt etwas nicht, erklärte Pater Daniel. Oh, ich habe eine gute Idee, was es ist, sagte Dr. George sofort, aber schauen wir mal nach. Nach nur wenigen Augenblicken nickte Dr. George. Seine Krallen sind hoffnungslos überlang und diese hier ist eingewachsen. Siehst du, sie sticht direkt in den Ballenpolster. Kein Wunder, dass das weh tut. Mit einer Nagelschere und etwas Salbe behandelte der Dr. Tommys verletzte Pfote. Aber Daniel hatte noch eine Bitte. Könntest du nach einem Mikrochip suchen? Und innerhalb weniger Augenblicke wusste Pater Daniel zweifelsfrei, wer Tommys Besitzer gewesen war. Als der Pater die Tierarztpraxis verließ, hatte er Tommys Daten in der Computerdatenbank geändert und einen neuen Besitzer eingetragen. Am Tag zuvor hatte er vor dem Grabstein von Frau Joanne Cohen gestanden. Er kannte sie nicht, aber er kannte jemanden, der sie kannte und das Zeugnis dieser Person war außerordentlich beeindruckend gewesen und hatte ihn davon überzeugt, was für eine außergewöhnliche Person sie gewesen sein musste. Unter dem Namen und den Daten auf dem Grabstein stand Gott wird für uns sorgen. Als Pater Daniel diese Worte las, berührten sie ihn tief und brachten ihn zum Weinen. Wer auch immer Mrs. Cohens weltliche Besitztümer zusammengepackt hatte, hatte es versäumt, sich um die Bedürfnisse des treuen Hundes zu kümmern, der Tag für Tag mit ihr in die Kirche gegangen war. Verlassen und allein suchte der Hund Hilfe an dem Ort, an dem sein Frauchen Trost gefunden hatte, in der Kirche. Vielleicht hatten ein paar Seelen den Hund gelegentlich gefüttert, aber Tommy verdiente so viel mehr als nur Reste? Nach diesem ersten Tag wurden Pfarrer Daniel und Tommy unzertrennlich. Der Pfarrer versah weiterhin seinen Dienst in der Gemeinde und Tommy saß immer geduldig im selben Gang und blickte seinen neuen Besitzer mit glücklichen Augen an. Was für eine herzerwärmende Geschichte über einen ganz besonderen Hund und einen Priester, der die wahre Bedeutung von Liebe verstand. An welchem ungewöhnlichsten Ort hast du deinen Hund je mitgenommen? Hat er sich benommen? Erzähl uns davon in den Kommentaren.